Und die Taschen nicht vergessen. Und die Geheimbehälter. Uuuuh. SR1. Zur Abwechslung mal keine Godroll-Kommando, die ich nicht wertgeschätzt habe. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Aber es ist auch ein Gewehr oder ein Scharfschützengewehr. Und wenn es ein Gewehr war, ist es mir sowieso... Also ist gerade nicht relevant für mich, für dieses Playthrough. Und bei einem Scharfschützengewehr brauche ich Einzelschussleistung. Und beides kann die Kommando nicht bieten. Flop. Danke sehr. Und nun Krokodile und der Gang, wo tausend Gegner rauskommen. Flop, 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 flop. Wir steigen ein mit der Dark Winter und dann immer weiter. Das Echo müssen wir aktivieren, ne? Hier. Uns geht es nicht weiter. Und wir stellen uns hier hin. Hier so hin, ne? Halb rein, ballern. Na los, ihr Hunde, ihr. Der Dicke. Der Dicke. Oh, 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 oh. Ihr. Ah, finally. Geht doch weiter. Die kommen. Aus allen Löchern. Oh, hallo, hallo, hallo. Es sind nicht wenige. Es sind kein Ende. Cool, cool. Tasche. Weiter. Noch mehr. Ich weiß nicht. Ich bin verwirrt. Ach, von links kommen auch noch welche. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Oh, oh, oh. Explore, Explore. Uh. Nice, 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 nice. Tasche. Sauber. USA. Jetzt aber wirklich, Mensch. Haben wir alles? Genug geplundert da drüben. Ähm. Ja. Und ja. Ja, sieht gut aus. Ich würde ja den Spritkannister noch mitnehmen hier. Aber das geht nicht. Meine Güte, Sprit teuer, ey. Echt der Hammer. Ähm. Aber wird wieder besser irgendwann. Das ist immer so. Alles klar, Cheryl. Wir sehen uns, ne? Bis morgen. Immer wieder geil. Ach, hier ist noch Plunder. Okay. 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 Und jetzt kommen gleich die Äffchen. Wo sind meine Äffchen? Ist doch hier irgendwo, ne? Da ist einer. Genau. Hallöchen. Na du, wie geht's dir? Der Beste. Was für ein feiner Junge. Na gut. Und hier sind noch mehr Äffchen da oben. Aber Mensch. Der freut sich, ne? Haben wir ein bisschen Faxen für den Affen gemacht. Aber einer muss ja vorne den Affen machen. So. Jut. Konzentration. Plunder, Munition. Die laufen da nicht umsonst hin. Folge mal unauffällig. Ah, hier sind noch mehr Kisten. Alter Schwede. Da bin ich jedes Mal vorbeigerannt. Ein Glück spiele ich jetzt immer im Typen. Ist voll. Essen und Trinken ist voll. Weil wir sollten vielleicht mal einen Kontrollpunkt versorgen. In einem ressourcenträchtigen Gebiet. Könnte man machen. Aber erstmal hier das Projekt abschließen. Dann gucken wir mal, ob wir uns nicht vielleicht doch noch eine bessere, eine bessere M4 herstellen können. Hallo. Na du Kleiner, wie geht's dir? Ganz vergessen hier. Ganz vergessen hier meine Daten hinterlehrt zu bannern. Mach ich. Sofort. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Na, 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 na. Das war scharf gerade eben. Na, Deckung. Deckung, ja. Wäre angebracht. Droni. Aua. Das überleben wir trotzdem. Tasche. Das war ein Pass, bitte. Das war schon zu weit weg. Für die Dark Winter. Flop. Oh, das Maus-Pap war wieder zu Ende. Ui, jo. Hi, 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 oh Gott, nein, nein. Das ist jetzt genau die Stimmung, wo ich immer wegsterbe. Uh. Uh. Was war denn mit Droni los? Keine Ahnung. Da war zu viel des Guten. Der Übermut. Ein Glück. Konnten wir uns gerade nochmal so runterschrauben hier. Na, na, na. Da ist noch einer. Der ist alles voll, Mensch. Muss ein toller Zoo sein. Und hallo. Waffenwechsel, kurze Entdeckung gehen. Rausschießen. Rauss. Cool. Cheryl. 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 na gut focus sie werden nicht weniger gas überall gas und links kommen auch wirklich ungünstig sehr ungünstig gerade sehr ungünstig na 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 da hoch hier die mähen wir alle nieder vorsichtig vorletztes medikett die holle mensch wie holle es reicht ein für allemal sind das schon die aus der magischen tür gewesen oder kommen wir noch durch weiß ich nicht möglich du bist ja einer von uns der mit dem coolen hemd mit dem lisa schut larry style online computer und dann kommt schon die bahn los ich habe richtig gedrückt oder oder er auf geht es dark winter und dann alles andere sind hier noch irgendwelche ressourcen back ja tatsächlich er kennt sich aus wie die licks mensch ich hau eine runde raus welche richtung hier lang ich weiß auch nicht wir können wenn wir wollen das ein ganzer haufen gleich vorne wir steigen ein mit der dark winter hier ist noch eine tasche und war irgendwann doch die gasgranaten der gasgranaten wie viele das ist es so übel rüber mensch auf deiner rüber ist da noch einer irgendwer ist da noch mhm danke sehr komm raus da du halunke jetzt ein flammenwerfer mädchen oh 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 die explose nein die explose sie kommen noch flammenwerfer mädchen ach nee das ist der dicke flammenwerfer richtig da ist noch einer schande da ist immer noch einer versteckt hey hey du bist ja auch noch da ich sagte wir was ist jetzt hier hinter da ist gar keiner mehr ach ey weiter plunder alles schön weg plundern bisschen muni einstecken wenn wir können ja mhm durchladen und nun folgt wieder mal die kürzeste s-bahnfahrt aller zeiten zack schon zu ende und schon sind wir hier in der hölle des bambus busches jetzt müssen wir ganz genau hingucken die gegner sind hier sehr schwer zu erkennen dark winter ist durchgeladen droni droni die hier lang ei plopp die wurm wechsel police police ein tolles gewehr uu 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 ein ganzer haufen na 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 ooo sauber wie kriegt man nur noch schlimmer plunder ressourcen schräubchen ist schon voll noch was gelbes vielleicht ne nur noch die tür ressourcenpakete mhm aber muni alles durchladen und weiter von hier an wird es nur noch schlimmer boah boah was war anders killer blues könnte es ja nicht sein dass er nicht die blacktars boah 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 über das schildchen rausholen die flammen waren fast aus was soll denn das was soll denn das jetzt action medica sicher ist sicher Drug Kirche aber ohne ohne Drohne ich bin mir ganz sicher ich bin mir ganz sicher lokaler Trigger hat weggesprengt granaten wenn ja gar nichts gibt es doch auch irgendwo Attribute oder so watch but Gegen der kom Deckung. Das musste einfach mal passieren. Aber ich hing einfach mal fester an der Ecke. Ich dachte, ich könnte auch wegspringen. Es ging nicht. Wir waren wieder mal Opfer des Übermutes. Aber irgendwo... Irgendwo war es nicht nur meine Schuld. Na? Können wir? Und hi! Zack! Brenne, du Hund! Wir schmelzen deine Rüstung weg. Noch einer. Da hinten irgendwo. Jawohl, ja. Schön. Dann werfer Mädchen. Oh, noch. Und wo kommen die nächsten da? Da ist jemand. Okay, cool. Aber die Kanister immer noch zerballern. Das ist sehr schade. Ja, Plunder. Plunder nicht vergessen. Medikit. Ja. Wir können noch eins vertragen. Ist er gerade eben über den Stein gerutscht? Wie über eine Autohaube? Echt jetzt? Das geht? Das war mir voll neu. Brian! Brian! Die Raven, Entschuldigung. Raven! Da war noch einer. Irgendwo hat sich doch hier noch einer versteckt, Mensch. Habe ich doch gesehen, wie der da hochgerannt ist. Äh, hier vielleicht. Na ja, gut. Plunder halt. Für die Know-how-Bank kann man nie genug haben. Schon wieder! Das Ding muss total mosig sein. Ansonsten rutscht man da nicht so rüber. Aber das gibt auf jeden Fall Flecken auf der Hose. Wobei, die ist grün. Alles okay. Alles okay. Aber nicht, dass er die Leuchtstange irgendwie zerkratzt. Das wäre schon untool. Ja. Das wäre es wirklich. Okay, renne, renne, renne. Ist das schon ein Gefahrengebiet in Bezug auf den Zug? Ja, ich glaube schon. Ah! Schießt hier auch durch Scheiben und so. Ja, ganz offensichtlich. Und nun C4. Komme was wolle. Jo. Ist weg. Schön. Weggesprengend. Ja, ich glaube, hier kann sie uns nicht so wirklich treffen. Hoffe ich doch mal. Also physikalisch fragwürdig, wenn sie uns jetzt hier trifft. Ich sehe da nichts. Ich glaube, sie kommen von allen Seiten. Ungünstig da. Das ist das nächste C4. Wie weit kann man hier ran? Wie weit kann man da an die Kante ran? Oh, das liegt jetzt da oben. Da muss einer hin. Schnell. Rüber. Ist hier noch einer versteckt. Ich flitze. Und wie durch Magie. Ach, guck mal, hat er schon. Er ist wieder verbunden. Er war ganz kurz weg. Ich tippe auf technischen Defekt. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Aber ich habe gelesen im Reddit, es soll verdammt viel bringen, wenn man wirklich alle Hintergrundprogramme mit Overlay-Funktion deaktiviert. Deaktiviert Steam. Bei mir war noch offen. Bis vor kurzem regelmäßig noch. Asus-Fan-Steuerung. Und, naja, Dinger halt. Und Team-Viewer und sowas. Das habe ich alles jetzt deaktiviert. Jetzt wird quasi nur mein Virenschutz. Und Ubisoft. Und das war es dann auch schon. Gebeam. Da hinten. Und seitdem ich das strikt befolge. Also in der letzten Aufnahme ist es ja nochmal passiert. Da hatte ich vergessen dann meine Fan-Steuerung zu deaktivieren. Aber jetzt, ich nehme schon wieder über eine Stunde auf. Alles top. Kein Crash. Und noch einmal C4. Und zwar mit Gefühl. Ist schon dran. Wunderbar. Da kommen sie auch schon. Aus ihrem Zug raus. Hallo. Draufhalten. Records Roughnecks. Vielleicht erst mal. Warum eigentlich nicht? Sauber Mensch. Wir wissen, was sie tun müssen. Ich mache da drin sauber. Aber sowas von. Kommt her, ihr Ratten. Na, na. Wir hätten fast mit mir den Boden aufgewischt. Da kommen noch mehr Attasche. Ja, brennen sollt ihr, ihr Hunde, ihr Toni. Na, geht. Tür ist wieder zu. Das. Ey. What the heck. Come on. Come on. Alter Schwede. Ganz okay. Ganz okay. F2000. Brauche ich nicht. Cool. Plunder. Brauchen wir nicht. Haben wir alles. Können wir weiterziehen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar benannte Outcasts eliminieren. Und. Ah ja. Wir wissen ja, wie das vonstatten geht. Ja, oder noch besser. Wir sind einfach mal fertig. Krass. Ich dachte, wir mussten noch ein Outcast eliminieren. Es war ein benannter Black Task. Den habe ich ratzfatz ohne euch gemacht. Hier war es einfach viel zu laut in dem Raum. Aber jetzt bin ich wieder alleine. So. Ähm. Stahl oder noch mehr Sturmgewehre. Wo gibt es denn hier schöne Sturmgewehre? Hier. Tatsächlich. In dem ganzen Dingens. Gibt es erhöhte Beute Drop Chance auf Sturmgewehre. Das ist doch der Stahlbezug. Und den habe ich komplett noch frei. Hier bin ich überhaupt nicht gestorben. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Äh. Wir fangen hier drüben an vom Kapitol und gehen dann weiter Richtung Westen. Also wir spielen es nicht, das Kapitol. Wir wollen hier einfach nur starten. Und die Kontrollpunkte mitnehmen. Ich glaube, das bringt sowieso mehr Ressourcen. Hallöchen. Klasse Mensch. Endlich nicht mehr alleine. Gleich. Zum nächsten die Einladen. Go, go, go. Hallöchen. Wie geht's dir? Das freut mich. Granate zu mir. Naja, es war halt, ne? War nicht als so zielgenau geworden. Oh, nie. Oh, die haben Brandgranaten. Was für eine Schmach. Sie kommen. Sie kommen. Oh, von da oben. Natürlich. Ich muss ja auch unbedingt mit Direktiven spielen. Oh. Heim ich drohe nicht. Schnell. Schnell. Oh, der ist fit. Der ist fit. Und der hat Spezialmonie. Watch out. Jetzt bremen wir natürlich nieder. Bis zum letzten bisschen. Ich muss ganz kurz mich zurückhalten. Ja. Sollte ich tun. Und da liegt das erste Sturmgewehr. M4 mit Schaden auf ungedeckte Ziele. Das will ich haben. Unbedingt. Unbedingt. Und Medikit wäre auch nicht schlecht. Achso. Gruppe vervollständigt. Ich weiß. Ich weiß. Muss man alles einzeln machen. Weiß auch nicht warum. Wer hat sich das bitte einfallen lassen? Ich schreibe mir bald einen Marko. Da oben. Spezialmonieman. Na. Zeig dich mal wieder. Klicke die. Klicke klick. Wecke zimmern. Hallo. 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 Was denn los mit euch? Früher war der mal cool. Nice. Nein. Keine Granate. Kannst du schön behalten. Was ist das? Ein Elimkeler oder ein Geschütz? Ich glaube es ist ein Geschütz. Oh man. Hier liegt schon alles voll mit Gewehren. Alter. Rüber weg. Er kommt gleich raus. Der Anführer. Der Obermacker. Muni einsammelt. Ich brauche doch Medikit. Jetzt sofort. Instant. Minuten gleich. Gelagnu. Ein Kontrollpunkt ohne Killer-Glue. Yeah. Team ist voll. Action. In der Open World. Da ist der Anführer. Oh. Oh. Das sind mehrere. Oder? Oder auch nicht. Wer weiß das schon so genau? Du bist von uns, ne? Oh come on. Bitte jetzt nicht alle auf einen Schlag. Nicht alle auf einen Schlag. Bitte einzeln auf die Waage treten. Gut. Schön. Muni. Durchladen. Was haben wir denn hier? Feindes. Nur M4s hebe ich auf. Nur M4s. Äh. Nein. Blunder. Nur M4s. Äh. Nein. Aber das war eine Militärversion. Von der P416. Die soll auch Astrein sein. Hallo. 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 Unser Flugzeug. Unser Flugzeug. Anbleiben. Nein. Behalt eine Granate. Was bist du? Ein Umbra-Panzer. Bist du? Brauch ich nicht. Wobei. Gucken wir später nochmal nach. Wenn wir wieder voll sind. Ihr kennt das Prozedere. Gut. 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 G schematic. Gut. Ver...? Tschüss。 Untertitelung des ZDF, 2020